Am Roy. Das ist der einfachste Weg, um Mainz am Rhein zu entspannen. Erstens, ab in den Mainz-Store, direkt am Markt, hier beim Dom. Zweitens, ihr besorgt euch das Mainz-Gefühl-Picknick-Paket. Da ist alles drin, was ihr braucht, um spontan ein geselliges Picknick zu starten. Eine kalte Flasche Woi, Gläser, Drinks, Snacks, Decke und was ihr sonst noch alles braucht. Und jetzt zeige ich euch meinen persönlichen Lieblings-Picknick-Spot hier in Mainz, direkt am Rhein. Es sind zu Fuß nur ein paar Minuten vorm Dom, hier runter zum wunderschönen Rhein. Hier an der Rheinpromenade, die sich lang, lang, lang entstreckt, gibt es diverse Möglichkeiten, um den Tag ganz gemütlich zu verbringen. Auf den Sitzstufen, ein paar Bänke sind da, die zum Verweilen einladen und auch einfach diverse grünen Flächen. Ich persönlich liebe es hier am grünen südlichen Ende der Altstadt, nämlich den Winterhafen. Schiffe gucken, entspannen, gesellig sein, was kann es Schöneres geben? Also, kommt nach Mainz, schnappt eure Freunde, besorgt euch das Mainz-Gefühl-Picknick-Paket im Mainz-Store und dann kommt hier runter zum Wasser, stoßt an mit einem Glas Woi am Woi. Tschüss! Schöner. Tschüss! Schöner. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020